ASV-Tagesupdate Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Laut der Mopo zieht Anzi Suhonen einen Abschied vom HSV in Erwägung. Der finnische Mittelfeldspieler könnte sich aufgrund seiner aktuellen Situation im Verein vorstellen, den HSV in naher Zukunft zu verlassen. Entscheidend werden die kommenden zwei Wochen sein, in denen sich seine Position im Team weiter klären dürfte. Ein möglicher Abgang würde sich jedoch eher in Form einer Laie als eines festen Verkaufs abspielen. Damit würde Suhonen die Gelegenheit erhalten, bei einem anderen Verein mehr Spielpraxis zu sammeln, bevor er möglicherweise zum HSV zurückkehrt. Obwohl es bisher keine konkreten Anfragen für den 22-Jährigen gibt, wird berichtet, dass er durchaus auf dem Transfermarkt Interesse geweckt hat. Suhonen hat bereits gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, sich auf höherem Niveau zu beweisen und könnte für mehrere Vereine eine interessante Option sein. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob es zu einem Wechsel auf Leihbasis kommt und wohin es Suhonen möglicherweise ziehen könnte. Laut der MOPO gab es bereits erste Kontakte zwischen Andras Nemeth und dem belgischen Erstligisten Zerkle Brügge, doch konkrete Verhandlungen sind bisher nicht zustande gekommen. Neben Zerkle Brügge führt Nemeths Management auch Gespräche mit anderen Vereinen, um die beste Option für den jungen Stürmer zu finden. Der Hamburger SV ist grundsätzlich von den Qualitäten des 20-jährigen Ungarn überzeugt und sieht in ihm weiterhin großes Potenzial. Aus diesem Grund zieht der Verein einen endgültigen Abschied eher nicht in Betracht. Stattdessen wäre ein Transfer auf Leihbasis wahrscheinlicher, um Nemeth mehr Spielpraxis zu ermöglichen und ihn gleichzeitig weiter an den HSV zu binden. Eine Laie könnte beiden Seiten zugutekommen. Nemeth könnte bei einem anderen Verein wichtige Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln, während der HSV langfristig von seiner Rückkehr profitieren würde. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich eine solche Leihoption konkretisiert und wohin es Nemeth möglicherweise ziehen könnte. Angesichts der aktuellen Medienberichte gibt es beim HSV mehrere Spieler, die den Verein in naher Zukunft möglicherweise verlassen könnten. Die Gerüchteküche brodelt und hier ist ein Überblick über die potenziellen Abgänge. Wie bereits angesprochen sind es Ansi Suhonen und Andras Nemeth, die den HSV für mehr Spielpraxis auf Leihbasis verlassen könnten. Des Weiteren William Mikkel Bronzis. Der junge Außenverteidiger wird ebenfalls als Kandidat für einen Wechsel gehandelt. Der HSV könnte ihn verleihen, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Mehrere Vereine sollen bereits Interesse an einer Laie signalisiert haben. Ebenfalls Moritz Heyer. Obwohl er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, könnten Gerüchte über einen möglichen Abgang aufkommen, sollte ein attraktives Angebot eintreffen. Heyer ist flexibel einsetzbar und daher auch für andere Vereine interessant. Zudem auch Levin Östunali. Östunali wurde bereits häufiger als potenzieller Abgang genannt. Es scheint jedoch schwierig, einen Abnehmer für ihn zu finden, was einen Wechsel bislang verhindert hat. Der HSV könnte dennoch versuchen, ihn in dieser Transferperiode von der Gehaltsliste zu bekommen. Auch Jonas David. Der Innenverteidiger hat Interesse von Vereinen aus dem In- und Ausland geweckt. Besonders NAC Breda und Wiswa Krakau sollen an ihm dran sein. Der HSV ist bereit, David bei einem passenden Angebot abzugeben, möchte jedoch eine angemessene Ablösesumme erzielen. Zu guter Letzt auch Ludovid Reis. Reis ist möglicherweise der prominenteste Name auf dieser Liste. Die Transfergerüchte um ihn haben zuletzt an Fahrt aufgenommen, insbesondere mit dem Interesse des SC Freiburg. Nachdem Reis bereits in einem Interview über seine Unzufriedenheit gesprochen hatte, könnte ein Wechsel zu einem Bundesligisten eine realistische Option sein. Diese potenziellen Abgänge könnten den Kader des HSV in den kommenden Wochen erheblich verändern. Der Verein steht vor der Herausforderung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um einerseits den Kader zu verkleinern und andererseits genügend Qualität und Tiefe zu behalten, um die Saisonziele zu erreichen. Laut der Mopo hat Jatta aktuell die Nase vorn im Kampf um die Rechtsverteidigerposition beim HSV. Der erfahrene Flügelspieler, der bisher hauptsächlich offensiv eingesetzt wurde, hat sich in der Defensive etabliert und wird derzeit als die Nummer 1 auf dieser Position angesehen. Allerdings sitzt ihm Silvan Hefti im Nacken, der als Herausforderer für die Rechtsverteidigung gilt. Hefti, der erst kürzlich zum HSV gestoßen ist, bringt frischen Wind in den Konkurrenzkampf und könnte Jatta mittelfristig den Platz streitig machen. Für Trainer Steffen Baumgart bedeutet diese Situation einen gesunden Konkurrenzkampf, der beiden Spielern hilft, ihre Leistungen zu steigern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt und ob Hefti es schafft, Jatta von der Stammposition zu verdrängen. Laut einem Bericht der BILD steht in den kommenden zehn Tagen ein entscheidender Gipfel zwischen dem HSV und Fabio Baldé an, bei dem über einen Profivertrag für das vielversprechende Talent verhandelt wird. Baldés aktueller Vertrag sieht vor, dass er automatisch in einen Profivertrag umgewandelt wird, sobald der junge Spieler drei Einsätze von insgesamt mindestens 45 Minuten absolviert hat. Das Interesse an Baldé ist groß und der junge Spieler fühlt sich durch das Engagement des HSV geschmeichelt, insbesondere durch die Bemühungen von Sportdirektor Klaus Costa. Trotz Angebote von namhaften Vereinen wie Udinese Calcio, RSC Anderlecht, FC Basel und Feinort Rotterdam, hat Baldé diesen Klubs eine Absage erteilt. Der 19-Jährige hat sich bewusst dafür entschieden, seinen Durchbruch beim HSV anzustreben und in Hamburg zu bleiben. Die Verhandlungen in den kommenden Tagen könnten eine wichtige Weichenstellung für Baldés Karriere darstellen. Der HSV ist bestrebt, das Talent langfristig an den Verein zu binden und Baldé selbst scheint entschlossen, seinen Weg in Hamburg fortzusetzen und sich in der ersten Mannschaft zu etablieren. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.